Der Pfarrer, ich hab eine Bitte. Wir wollen ein Observatorium einrichten. Dafür könnten wir die alten Stühle von hier gut gebrauchen. Fehlt noch das Teleskop. Jimny! Jimny! Du musst mit zum Pfarrer kommen. Verpiss dich, Alter. Wir sollen der Messe fürs Teleskop sammeln. Ich denk, die Penne will es kaufen. Die Schule macht Schwierigkeiten. Wo bist du gewesen? Ich such dich seit einer Stunde. Spring rein. Jimny, komm mit mir mit. Nächstes Mal. Spargel! Wunderschöner Spargel! Und was haben sie gezahlt? Acht Euro. Für den ganzen Tag? Woher soll ich die Kohle nehmen? Irgendwoher. Irgendwoher? Du weißt, woher die kommt. Jimmy, guck sie mir bitte. Willst du was für den? Ja. Dann geh. Wunderschöner Spargel! quack sen wunderschöner